dieser kanal heißt grow live und gleich haben mich leute aufmerksam gemacht live dort steht live schreiber mit v ja live show ich hatte schon englisch ein bisschen englisch in der schule v ist live live ist f das heißt der kanal nicht grow live sondern live es ist lief und live heißt live show oder live show also manchmal glaube ich wirklich dass in der welt alles verkehrt ist ja die elektrik und die elektronik ja das das scheint zu funktionieren kaum ist etwas komplexer ja vor allem der philosophie in der weltsicht alles katastrophal alles verkehrt alles steht kopf und deshalb haben wir roll live live grow live und die bücher des lebens